Und ein Moinsen zu einem Video, das ich auch ein bisschen angekündigt hatte und in dem ich mir mal so ein bisschen die Thematik, das große Feld der Stadion-Vlogs vornehme. Die meisten werden es ja mitbekommen haben, rund ums Hoffenheim-Spiel, das Verbot in der Kurve, dies, das. Ich finde generell ein Video oder ein generelles Thema, was ich immer mal irgendwann gerne ansprechen wollte oder zumindest mal meine Meinung dazu teilen wollte, wie auch immer Sachen anregen wollte, nie so richtig einen Zeitpunkt gefunden. Aber ich glaube, jetzt nach sowas ist, glaube ich, der Zeitpunkt mehr als da und mehr als gerechtfertigt. Wie gesagt, diese ganze Stadion-Vlog-Thematik ist ein bisschen aufzudröseln, wird wahrscheinlich wieder länger werden, aber ich habe es wieder in Kapitel quasi gegliedert und wieder in Timestamps natürlich auch. Um was geht's? Ich nehme seit Jahren, seit Jahren Atmosphäre, Stimmung, Highlights, schöne Schnittbilder, was auch immer alles eben in Form von Stadion-Vlogs auf. Ich habe eine Dauerkarte seit 2016, 2017, also der zweitiger Saison, ab da hatte ich eine oder habe eine. Zwei Saisons im Block 47 war das, glaube ich, also quasi ganz, ganz, ganz am Rand von der Kurve. Eine Saison dann in Block 74, muss das gewesen sein, also Unterrang unter Türkheimer und dann wieder 47. Letzte Saison war ja so ein komisches Ding, keinen richtigen Dauerkarten. Dann Dauerkärtler war ich dann meist in 34 und dann die Saison oder vor dieser Saison kam ich eben durch die Wechselfase in Block 35 rein. Sitzbereich in der Kurve, weit, weit, also fast 40, 40 rein oder so über dem Stehbereich der Cannstatterkurve, ging eigentlich immer alles problemlos. Also da aufzunehmen, Videos zu drehen, wie auch immer, Steinfark so zu sagen, ging immer problemlos eigentlich. Bis dann zum letzten Saisonspiel gegen Hoffenheim. Vor dem Spiel kam einer aus der aktiven Fansender auf mich zu und hat mir in einem wirklich netten Gespräch, also wie es ja Nummer sagen, war ja nett manchmal durchaus irgendwie als sarkastischen Begriffen, aber wirklich ein nettes Gespräch zu verstehen gegeben. Kerle, in der gesamten Cannstatterkurve drehst du keine Stadion-Vlogs mehr und wie ihr auch gesehen habt, habe ich mich daran natürlich auch gehalten. Warum denn nicht? Das ist der nächste kurze Punkt, weil der recht schon abgehandelt ist, glaube ich. Punkt Nummer eins ist sicher halt einfach eine komplett generelle Ablehnung vom Film im Stadion. Da geht es auch gar nicht, also vor allem natürlich aus der aktiven Fanszene, aber es gibt auch genug anderen, ich sag mal normale Fans, doof gesagt, die halt auch da keinen Bock drauf haben. Plus natürlich das Ablehnen noch größer eben in den Fankurven. Komplettes No-Go ist es in den Stehbereichen, da bin ich auch voll dabei. Bin ich ja auch nicht, habe ich meine Dauerkarte nicht, da bin ich voll dabei. Und eben die Angst da, Stehbereich und so Geschichten, auch wenn ich eben oben bin im Sitzbereich, aber durch Filmerei kann mal passieren, dass man irgendwen doof mitfilmt, wo es gerade nicht gewollt ist. Das sind halt die kleinsten Geschichten, die man vielleicht gar nicht im Kopf hat, die aber manche eben nicht irgendwie öffentlich haben wollen. Und natürlich Geschichten, die vielleicht in irgendeiner Form irgendwie belangbar sind, zum Beispiel irgendwen aus Versehen drauf zu haben, wie ein Pyro zündet oder irgendwas in die Richtung. Das ist eben das Problem damit und deswegen nicht mehr. Verständnis ist da. Ja, der nächste kürzere Punkt, sag ich mal, ich dachte mir schon immer, dass das irgendwann passieren könnte. Also war tatsächlich, auch als er auf mich zukam und so, wie gesagt, war alles in Ordnung, alles netter ablaufen, alles auf Augenhöhe, alles in Ordnung gewesen. Wie auf mich zugegangen wurde und so weiter, komme ich später noch ein bisschen mehr dazu. Oder immer wieder in kürzeren Punkten dazu, sag mal so. Deswegen war es kein großer Schock oder sowas für mich. Natürlich enttäuschend, glaube ich auch verständlich. Aber Verständnis habe ich auch. Wie gesagt, vor allem eben in diesem Stehbereich. Für das scharfe Verbot da, für die Kurvengesetze dort im Stehbereich, okay. Hatte mich halt bisher immer im Sitzbereich sicher gesehen, aber dem ist dann wohl doch nicht so. Und in die Richtung soll das Video sowieso nicht gehen, aber ich sage es auch dazu. In diesem Punkt habe ich auch einen großen Respekt vor der Kurve oder eben vor den Fanszenen, besser gesagt. Die Choreos, die Stimmung und so weiter haben eben alle immer ihren Ursprung darin, in den aktiven Fanszenen, im Stehbereich, in der Kurve, sag ich mal. Weil jedes Heimspiel dabei ist, Auswärtsspiel dabei, also grundsätzlicher Respekt ist da halt zu 100% da. Jetzt wird es dann ein bisschen ausführlicher wahrscheinlich bei meine Problemchen, habe ich es mal genannt, um es nicht größer zu machen, als es ist. Von dem Begriff her, jetzt gehe ich so quasi einfach auf die Punkte ein, weshalb man oder eben ich dann in dem Fall auch Verständnis haben kann, die ich gerade genannt habe und gehe eben auf diese Punkte ein, wie ich so ein bisschen darauf sehe. Okay, ich will diese Gründe jetzt auch nicht grundsätzlich schlechtreden, die kann man ja haben. Jeder hat seine Meinung, alles in Ordnung. Sondern vielleicht einfach so ein bisschen ein paar Gedanken anregen, ein paar Gedankengänge mehr vielleicht anregen in der Thematik. Weil das Film wird ja oft abgelehnt, Nummer eins. Weil viele sich da echt sehr, sehr sicher sind, dass man, sobald man eine Kamera, Handy oder whatever in der Hand hat, automatisch nicht mehr mitmacht. Das ist so der Punkt eins, aber du, wenn man filmt, kann man ja gar nicht mitmachen. Film muss gelassen werden, damit eben jeder richtig Vollgas mitmachen kann, mit Support geben kann. Dem muss ich halt, wie gesagt, ist halt viel aus meiner Sicht, deswegen kann man es natürlich auch so auslegen, dass ich mir schön rede, aber wie ihr wollt. Aber da muss ich in meinem Fall halt einfach widersprechen. Also so, ich bin immer voll dabei. Ich mache genauso mit wie ohne Handy, der Unterschied oder ohne Kamera. Der Unterschied ist eben, dass ich mit einer Kamera oder mit einem Handy in einer Hand geradeaus filme. Das ist ja das, was ich praktisch mache in Stadion Vlogs. Ich stehe da oder hüpfe da oder wie auch immer, filme geradeaus auch Spielgeschehen. Und das war es dann eigentlich. Das ist ein großer Unterschied. Und mache halt genauso mit wie alle anderen. Das kann eigentlich auch jeder bestätigen, mit dem ich jemals irgendwie im Stadion war. Plus, das ist auch ein Punkt, den ich hier gar nicht habe, aber wenn mir natürlich hier nochmal einfällt, kann es sein, dass ihr auch generell über das gesamte Video irgendwie Themen habt, die mir erst danach einfallen. Aber ich habe hier schon genug gelistet, sage ich mal, dass auch das den meisten gar nicht groß auffällt irgendwann. Wenn ich dann irgendwie am Ende sage, boah, habe ich wieder viele Dateien, die so wie gar nicht groß mitbekommen, dass du hier gefilmt hast. Und dann eben der kleine Punkt, wie ich schon angesprochen habe, dass ich mich irgendwo halt einfach im Sitzbereich, sage ich mal, als filmfähig angesehen habe. So, ähm, und eben auch dadurch bestätigt, weil das ist das, was ich an aller, aller, allererster Linie verstehen könnte, ist eben quasi das Umfeld direkt um mich herum. Ne? Wenn die links, rechts von mir sagen, ey, wir haben hier keinen Bock drauf, hör auf zu filmen, dann wäre das auch ein Punkt, wo ich sage, gut, dann filme ich nicht, ne? Aber die Reihe um mich herum, oft schon angesprochen, ähm, die haben da überhaupt kein Problem damit. Die haben da überhaupt kein Problem damit. Ähm, ich drehe ja auch, das ist auch nochmal ein Thema, ich drehe ja auch keine Kamera auf mich oder so. Jetzt bin ich in der Kurve, fände ich es eh komisch, äh, Kamera auf mich zu drehen, quasi irgendwie während dem Spiel drauf zu reagieren irgendwie. Das ist auch was, was ich nicht mache. Wie gesagt, ich filme halt eben geradeaus, Spielgeschehen, Stimmung und so weiter. Und wie gesagt, das ist halt einfach wirklich der Gegenteil der Fall. Also die Kollegen meiner Reihe haben halt mal mindestens nichts dagegen oder finden es teilweise, wie ein bisschen auch gesagt wurde, wie es auch manche sogar geschrieben haben auf Instagram oder auf YouTube in den Kommentaren, finden das cool, was ich da mache. Jetzt nicht nur die Vlogs, sondern auch den Kanal generell, aber finden das cool. Ähm, deswegen, äh, da ist halt kein, kein Thema eigentlich. Das Problem kommt eben dann damit mit dem, was, ich sag mal, räumlich gesehen deutlich, deutlich weiter entfernt ist, äh, nämlich der Stehbereich. Und da muss ich sagen, ja, kann sein, 100%, dass ich mal wen aus der Fanszene oder eben aus dem Stehbereich generell hinterm Tor oder sowas mit drauf hatte. So, wenn du in Richtung Eckball zooms oder so und vorne aufs Tor zooms, hast du eben zwangsweise vielleicht manche mit drauf. Was ich aber auch 100% sagen kann. Wie gesagt, kann mir auch wieder Leute, wieder Leute nicht glauben. Aber es ist so, ich habe nie und werde auch nie mit vollster Intention jemanden aktiv im Stehbereich ins Gesicht filmen oder wie auch immer. Das wird nicht passieren. Äh, hab ich nie gemacht und wird auch nie passieren. Ähm, und dann ist eben auch das Thema, hatte ich auch im Gespräch angesprochen mit dem netten Kollegen, ähm, dass wir Fans im Stadion eh alle gefilmt werden. Das muss man ja auch mal so sagen. Wir werden so oder so alle gefilmt. Das sollte uns, glaube ich, auch bewusst sein, dass man da in irgendeiner gewissen Form auch seine Rechte abgibt. Ähm, seien es jetzt die Live-Übertragungen, die Highlight-Clips der Sportschau und whatever, alles nach den Spielen im Fernsehen, auf YouTube, überall. Die Pressefotos, da wird auch nicht zensiert und nix. Und auch, ja, mittlerweile auch die Clips vom VfB selbst, ne. Diese Hochkant-Videos auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok. Zum Beispiel erst wieder das, wo, wo hier Mio, äh, dran stand. So als Beispiel zum Beispiel, wo Mio nach dem HSV-Spiel, äh, bei der Kurve stand und Forza VfB gemacht hat. Wird auch nichts zensiert und gar nichts. Also, ne, das Thema ist irgendwie, wir werden eh gefilmt. Wir werden eh gefilmt. Und ich glaube dann einfach nicht, ich sage eigene Meinung, aber ich glaube einfach nicht, dass ich da dann der ausschlaggebende Punkt bin, äh, wenn es darum geht, dass Leute für irgendwas in der Kurve belangt werden oder sowas. Also, wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin. Vielleicht ist das schon mal passiert, ne. Ähm, aber, wie gesagt, aus meiner Sicht würde mich das tatsächlich, so ein bisschen Parallele zu den Stadion-Vlogs, komme ich gleich drauf, ähm, würde mich das sogar eher noch bestätigen oder bestärken, würde ich mal sagen. Weil, wie ich gesagt habe, so viele Kameras, so viele Videos, so viel Foto, äh, ist auf mich gerichtet, ist auf die Kurve gerichtet. Und, wie gesagt, vielleicht bekomme ich davon nichts mit, vielleicht ist da schon was passiert, aber nicht, dass ich es mitbekommen hätte, dass ich es auch nicht live irgendwie im Stadion mitbekommen hätte, ähm, es wird ja trotzdem keiner rausgezogen. So quasi all eyes on me, aber nichts passiert. Das würde mich fast noch bestätigen, wie gesagt, angekündigt, äh, Parallele zu den Vlogs, ist ja genau das Gleiche da. Äh, rechtlich ist das ja auch ein Graubereich, ähm, kann man jetzt auch wieder die Thematik, äh, auf, aufmachen, ob man es überhaupt rechtlich darf und so Geschichten will ich ja gar nicht machen. Ist einfach ein Graubereich, wir hatten eben kurz, also dieses Thema mit diesem, äh, Beitrag von, vom Zapp-Magazin war es, glaube ich, irgendwie so in die Richtung. Und da haben wir auch nochmal viele Influencers zu was erzählt. Das ist einfach ein Graubereich, was man da macht. Aber eben, weil es so viele machen, so viele Stadion Fox hochladen, ohne dass die DFL oder irgendwer dagegen vorgeht und man eben keine Probleme bekommt damit, bestätigt das oder bestärkt das einen, das eben weitermachen zu können. Dasselbe in der Kurve auch. Ey, alle Kameras auf mich, so viele Kameras wahrscheinlich noch nie im Fußball irgendwie auf Fans gerichtet sind. Polizei oder das vielleicht auch irgendwo Kameras, ich habe keine Ahnung davon. Und trotzdem, wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach auch falsch informiert, aber trotzdem passiert nichts. Wir müssen natürlich bestärken, dass da einfach nichts passiert. Wie gesagt, wie beim Stadion-Vlog, rechtlich Graubereich, also ein bisschen Angst ist da. Aber es machen so viele und keiner wird bestraft. Also fühlt man sich bestärkt darin, das weitermachen zu können. Es geht ums Prinzip. Und das ist auch was, das ich ein bisschen schade finde. In dieser Thematik Stadion-Vlogs eben, wie gesagt, habe ich glaube ich auch schon angesprochen, dass ich einige Punkte verstehen kann. Ich halte mich auch an die Forderung, das ist ja auch ganz klar, an diese Kurvengesetze quasi, alles in Ordnung. Auch hier, ich will auch das Thema gar nicht so groß machen, hier oder groß auftröseln hier. Aber es gibt natürlich auch viele verschiedene Arten von Stadion-Vlogs. So, ich kann jeden verstehen, der sich über Stadion-Vlogger aufregen, die überhaupt gar keinen Bezug zum Verein haben und dann zum Beispiel irgendwo, keine Ahnung, Beispiel Dortmund-Südkurve irgendwo stehen oder irgendeiner Kurve stehen, mit dem Verein nichts zu tun haben, nur da sind, weil sie denken, oh, ist ein geiles Erlebnis hier drin, Kameras auf sich drehen, sich selbst inszenieren in den Kurven und so Geschichten, bin ich voll dabei. Das finde ich, ist auch zum Beispiel eine Art von Stadion-Vlog, die ich nicht fühle. Aber wie gesagt, ist ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich, wie es da schon kommt mit dem Punkt geht und das Prinzip, finde ich, dass es da halt wirklich echt ein bisschen arg viel nur schwarz und weiß ist. So, hier gibt es gefühlt kein Grau. Und wie gesagt, auch schon gesagt vorhin, das Gespräch war wirklich nett, alles in Ordnung. Auf Augenhöhe gewesen, haben sie echt einen sehr, sehr gescheiten Typen zu mir hochgeschickt. Als mir dann gesagt wurde eben, dass man nicht gefilmt werden will, habe ich dann eben auch gesagt, jo, okay, verstehe ich. Das war auch so das Erste, was ich mir dachte, als er quasi mich gebeten hat, kurz mit mir woanders hinzugehen, um eben in Ruhe reden zu können. Da dachte ich mir, gut, jetzt geht es vielleicht um den Stehbereich. Dann sagt er, ey, passt da ein bisschen mehr auf. Deswegen habe ich auch sofort gesagt, jo, ist in Ordnung. Ihr wollt nicht gefilmt werden, ist cool. Dann filme ich halt nur das Spielfeld. Wäre easy mit dem Zoom einfach drüber über die Kurve, nur aufs Spielfeld. Fertig. Oder wenn ich wen mit drauf habe oder irgendwie die Kurve filmen oder so, zensiere ich es halt. Keine Ahnung, Weichzeichner drüber, wie es Kanjata-Kurve-TV zum Beispiel tut. Oder lege generell Effekte drüber, wo man dann irgendwie, wie es ja auch Kanjata-Kurve-TV tut, keine Gesichter mehr sieht, keine Augen mehr sieht. Die ganzen Probleme eben einfach weg, damit das Hauptproblem weg, die Problematik des jemanden ungewollt filmen, wäre halt aus dem Weg geräumt. Problem ist halt da, dass dann halt da nicht weiter drauf eingegangen wird. Muss ich auch sagen, kann ich von derer Seite auch natürlich verstehen, weil das Ziel ist ja ganz klar. Gebt mir zu verstehen, dass ich in der Kurve nicht mehr filmen soll, und fertig. Ich habe es akzeptiert. Also Erfolg für Sie, Thema abgehakt. Ein Stadion-Flogger weniger, sage ich mal. Ist ja auch quasi deren Kurve, sage ich jetzt mal ganz überspitzt, was die, ich sage mal, Kurvengesetze und sowas angeht. Wie gesagt, finde es nur schade, wie oberflächlich das Ganze ist. Wie gesagt, es gäbe Möglichkeiten, auch in der Kurve weiterhin zu filmen und eben gleichzeitig die Probleme oder die Gefahren oder wie auch immer die eben die Fanszene sieht oder die andere Leute sehen in der Kurve gleichzeitig mit zu beachten. Wie gesagt, drüber filmen, zensieren, wäre alles möglich. Darauf wird aber einfach nicht weiter eingegangen, leider. Wie gesagt, generell, Thema Oberflächlichkeit ist ja dasselbe, wie auch bei dem Verbot dann, weil ich könnte mich ja auch einfach in der Kurve weiter weg vom Stehbereich mich hinsetzen, wo dann eben auch keiner mehr erkennt wird in Aufnahmen. So, wenn ich zum Beispiel im Oberrang sitzen würde und von da oben runter filme, also ohne Zoom, einfach nur von oben runter filme und selbst dann in den Stehbereich drauf habe, ist das von der Auflösung ja nahezu unmöglich, dass da irgendwer erkannt wird. Selbe auch damals aus diesem 47er-Block, da von links quasi auf die Kurve. Außer, was ich ja nicht tue, ich zoome aktiv in die Kurve rein auf Menschen mit so einem ganz normalen, ganz normalen Einfallwinkel von der Kamera ohne Zoom und nix, kannst du ja gar nicht anhand der Qualität irgendwen erkennen. Also, das würde ja auch weiterhin gehen. Aber, ja, hab halt, wie gesagt, für die Stadion-Flox ein Verbot, für die gesamte Kansteller-Kurve kommen. Das war wahrscheinlich echt so mit das Enttäuschendste an der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ich dachte, vielleicht geht's um Stehbereich, vielleicht geht's um mehr Vorsicht beim Filmen. Ich hab mir auch gar nichts, muss ich auch sagen, ich hab mir auch gar nichts Gutes ausgemalt, ne? Hätte ja auch sein können, dass man da irgendwie sagt, ey, lass irgendwie zusammen was machen oder lass das irgendwie gucken, dass wir hier zusammen quasi coole Sachen machen in Richtung Vlogs oder so oder zusammen eben auf eine Eiglichkeit kommen und so was, dass beides noch geht oder so was. Mir war von Beginn an klar, jetzt geht's um Stadion-Flox, mir war von Beginn an klar, dass das jetzt nicht das positivste Gespräch wird in Richtung Stadion-Flox, sag ich mal. Ähm, wie gesagt, Thema mit Vorsicht beim Stehbereich und so, davon ging ich aus, aber nicht eben, dass man, weil wenn die gesamte Kurve gemeint ist, ist eben zum Beispiel auch, wie schon angesprochen, Block 47 gemeint, der quasi schon Gegentribüne ist, aber noch offiziell Kansteller-Kurve ist, so ganz, ganz links am Eck. Selbst da dürfte ich eben nach dem Verbot nicht mal mehr rein. Das ist somit das Enttäuschendste, finde ich. Ähm, auch da viele Interpretationen von mir, aber vielleicht, äh, ist das auch so ein bisschen eine Art von Selbstschutz, äh, die, die Geschichte von ihm zu sagen, ey, ähm, aus der Kurve raus, ähm, also mit den Stadion-Flox aus der Kurve raus, irgendwo anders dürfte ich sie machen. Äh, das ist gar kein Thema. Für die hat er mir auch gesagt, nur in der Kurve halt nicht mehr, ähm, weil, so wurde es mir auch ganz klar gemacht, oder das hätte auch, ja, wurde mir nicht angedroht oder so, würde ich auch ganz klar sagen, wurde mir nicht angedroht und nix. Aber es kommt natürlich ganz einfach durch die, durch die Blume durch und ist, glaube ich, auch logisch, äh, sich das so, das so Schluss zu folgern, dass es natürlich auch andere Leute gibt, auch in diesen Kreisen oder generell im Stadion, generell in der Kurve, wie auch immer, ähm, will ja gar nicht unbedingt immer auf die aktiven Fanszenen draufgehen, ähm, äh, aber die einfach noch weniger Bock drauf haben, äh, die nicht so nett mit mir da oben kurz gesprochen hätten vor Anpfiff, vor dem Hoffenheim-Spiel und das so geklärt hätten, sondern die eben das noch ein bisschen, ich sag mal, deutlicher, äh, mir zu verstehen gegeben hätten. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen Selbstschutz zu sagen, ey, mach das weiter, aber aus der Kurve raus, ähm, vielleicht auch dann besser, keine Ahnung, generell aus der Kurve raus zu sein mit der Thematik, äh, aber das ist nochmal eine ganz, 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 ganz andere, weitere, äh, Interpretation, sag ich mal. Warum ich, und das ist natürlich auch, ne, persönliches Ding, ne, mit dem ich auch drin, aber es ist halt auch eine Frage, die ich mir dann eben in irgendeiner Form auch irgendwann gestellt habe, es ist jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen da zwischen den, äh, zwischen dem Gespräch und sowas, ein bisschen Zeit nehmen dafür hier, für das fast 10-Seiten-Skript hier in Word, ähm, und da komme ich halt am Ende des Tages eigentlich echt nur bei der Reichweite raus, bei der Aufmerksamkeit, bei den Aufrufen, bei der Größe raus, so, ohne mich jetzt irgendwie größer zu machen, als ich bin, ne, auch ganz klar, ähm, weil, ganz simpel gesagt, wenn wir jetzt mal schauen, bei Instagram durchgehen, bei TikTok auch mittlerweile vor allem durchgehen, auf Twitter durchgehen, bei YouTube durchgehen nach den Spielen, bin ich natürlich ganz generell nicht der Einzige mit, äh, Videos aus dem Stadion, und mit Stadion-Vlogs, äh, aus den verschiedensten Bereichen, aber eben der Hauptpunkt, wie gesagt, auch da, wo ich es am meisten verstehe, dass man da am wenigsten Bock drauf hat, im Stehbereich, dass da Leute filmen, selbst da gibt es wirklich, wirklich mehr als genug Videos, die du Spiel für Spiel findest, auch mal gefühlt ganz vorne, irgendwie Reihe 2 oder 3, ich glaube, beim 3-3 gegen Dortmund war das, wo ich was gesehen habe, auf, 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 äh, auf TikTok, das ist schon krass, und da finde ich es halt schade, wenn man dann sagt, ey, wir, wir geben dem quasi aus dem Sitzbereich, wie gesagt, fast 40 Reihen oder sowas, über dem Stehbereich geben wir ein Verbot, aber in der Kurve selbst, laufen Clips nach jedem Spiel durchs Internet, das ist halt, keine Ahnung, das finde ich irgendwie, ja, von, von der, von der Gewichtung irgendwie, nicht, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz cool, ähm, nach dem Motto, äh, irgendwie, keine Ahnung, dass man eben erst mal gucken sollte, dass man im Stehbereich das durchgezogen bekommt, wo ich es, wie gesagt, auch völlig in Ordnung finde, dass man es da durchziehen will, das Verbot von Filmen, aber selbst da klappt es ja offensichtlich nicht, wie gesagt, ich weiß auch da nicht, ob, ob man da, ich meine, klar, die können da auch nicht natürlich jedes Spiel aktiv vorgehen, weil du bist da für Stimmung und nicht um, keine Ahnung, alle zwei Reihen irgendwie zu sagen, nimm das Handy runter, aber, ähm, da vielleicht erst mal gucken, dass man das da wirklich durchgezogen bekommt, weil, wie gesagt, da bin ich auch voll dabei, dass man es da scheiße finden kann, ähm, auch da, wie gesagt, es sind auch einzelne Clips, also Stadionflokts sind mal was anderes, sind mal aufwendiger und zusammengeschnitten und so Geschichten, ähm, aber es gibt mittlerweile auch genug andere Stadionflokts in der Kurve, gab schon genug Stadionflokts in der Kurve und so weiter und so fort, ähm, würde ich da, äh, weiter Videos hochladen aus der Kurve oder würde ich generell Videos hochladen aus der Kurve, die sich keiner anschaut, würde es, so weit gehe ich es mal, zu sagen, würde es auch keinen interessieren, so, wie gesagt, ich mache das Ganze ja, wie gesagt, auch schon seit 2016, 2017, wahrscheinlich dann auch wohl eine der Kehrzeiten, sag ich mal, wenn der Kanal oder auch die Videos eben so ein bisschen wachsen, ähm, und dann fühlt man sich da eben so ein bisschen, ganz trotzig gesagt, äh, in irgendeiner Form auch persönlich angegriffen, so, also rein in dem Verbot, ne, wie gesagt, Gespräch, Umgang mit mir, alles in Ordnung, ähm, und eben die Videos, das Problem, und ich als Person, das war alles in Ordnung, äh, aber wenn man eben sieht, dass im Stehbereich genug fotografiert wird, genug gefilmt wird, da wo ich es auch, wie gesagt, am, mit am strengsten sehe, das No-Go da komplett verstehe, ähm, selbst da scheint es nicht kontrollierbar zu sein, wie ich schon gesagt habe, dass es dann mich trifft, äh, finde ich ein bisschen schade, da irgendwo im Sitzbereich, ähm, und, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn ich Videos hochladen würde, die wie früher in den Anfängen, irgendwann zu 16, zu 17, irgendwie 200, 300 Aufrufe machen, kriegt das, glaube ich, auch nicht wirklich jeder mit, plus natürlich auch die TikTok-Clips, wenn da irgendwer ein TikTok hochladet, mit 1000 Aufrufen oder so, kriegt das auch nicht jeder mit, verstehe ich auch, aber vielleicht versteht er auch mich darin, zu sagen, ey, selbst im Stehbereich gibt es genug, und das Verbot gebe ich an jemanden, der im Sitzbereich sitzt, finde ich schon ein bisschen schade, wie gesagt, da geht es wahrscheinlich hauptsächlich um die Aufmerksamkeit, ähm, und die Angst eben dahinter, dass es wirklich jemand sieht, eben durch die Reichweite von den Videos, ähm, generell muss ich da sagen, so ein kleiner, letzter Punkt hier drin, der aber, ich sag mal, klein ist, weil es eben nur eine Prognose ist, meinerseits, aber ich glaube, dass das Thema Videos, oder generell eben einfach irgendwie Fotos, Videos, whatever, aus dem Stadion nicht mehr wirklich aufzuhalten ist, so, wenn man sich das mal anguckt, so die jüngere Generation, ich glaube, die zieht das, sie zieht sowas schon durchaus an, gibt bestimmt auch viele, die Stadion Vlogs geil finden, auch in jeglicher Form, die das auch gerne selber machen wollen, und so Geschichten, das ganze Video-Ding, das ganze Social-Media-Ding, wird halt immer größer, ich sag mal, diese Generation TikTok, nenne ich es mal irgendwann, also ich glaube, dass man sich einfach ganz generell, in näherer Zukunft, als Fanszene, oder generell als Fans, die eben was dagegen haben, dass im Stadion gefilmt, fotografiert, whatever wird, ich glaube, da müssen alle sowieso, irgendwann, früher oder später, einen Weg finden, damit umzugehen, so, du wirst nicht alle aus dem Stadion verbannen können, du wirst nicht alle aus der Kurve verbannen können, du wirst nicht alle, alle Handys einem Einlass irgendwie sammeln können, oder was auch immer, ne, das wird nicht funktionieren, ich glaube, es ist nicht mehr wirklich aufzuhalten, diese ganze Thematik, und ich glaube auch zumindest mal irgendwie, in ein oder zwei Generationen, wenn es so läuft, wie es ja gerade aussieht, wird das immer mehr, ich sag mal, normal werden, im Stadion, oder, ich sag mal nicht normal werden, aber akzeptierter sein, in ein oder zwei Generationen, aber wie gesagt, nur eine Prognose meinerseits, aber ich glaube, damit muss man sich auf früher oder später eh so ein bisschen abfinden, seinen Weg damit finden, damit umzugehen, dass es eben Menschen gibt, die sowas gerne machen, die gerne Videos im Stadion aufnehmen, die gerne die Erinnerung aufnehmen, gerne die Sachen hochladen, auch für Leute, die nicht ins Stadion können, und so weiter und so fort. Wie geht's weiter? Wie gesagt, Verbot für die gesamte Kantscheller Kurve, kann ich hier vorab sagen, dass ich noch keine Entscheidung getroffen habe, wie ich es jetzt weitermache, aber hier natürlich einige Punkte nennen werde, gleich auch, entweder ich wechsle in einen anderen Bereich des Stadions, und mache weiter die Stadion Vlogs, denn vorhin auch schon angesprochen, so wurde es mir auch gesagt im Gespräch, da haben sie überhaupt kein Problem damit, jeder andere Bereich im Stadion macht seine Filme weiter, aber eben nicht in der Kantscheller Kurve, da muss ich auch sagen, wie gesagt, ich habe hier glaube ich nicht, oder werde hier auch glaube ich, keine schlimmen Wörter oder sowas, über die Kurve oder über die Fanszene oder sowas, verlieren, ich glaube es ist alles sehr konstruktiv, und eben auch das Gespräch, was ich hier immer wieder beschreibe, vom Hoffenheim-Spiel, war wie gesagt vollkommen in Ordnung, auch hier der nächste Punkt zeigt das nochmal, mir wurde da auch sogar Hilfe angeboten, über eben Kontakte zur Fanbetreuung, unsere Geschichten, an neue Karten für mich zu kommen, in einem anderen Bereich im Stadion, für die neue Saison, also wie gesagt, wie auf mich zugegangen wurde, alles schon sehr, sehr, sehr in Ordnung, und wie ja schon gesagt, gibt es sicher andere, die ja weniger nett mit mir drüber gesprochen hätten, deswegen das Vorgehen, alles paletti mit mir, so, deshalb habe ich dieses Verbot ja auch ganz klar als Verpflichtung gesehen, und will und werde da auch nicht irgendwie unnötig rebellieren oder sowas, ich glaube das Video hier stellt auch keinen Angriff oder kein, keine, kein, kein Rebellierung oder sowas da, sondern einfach wie gesagt, auftröselnd von dem Thema, Argumente, konstruktiv, was ich hier alles über das Thema Scheibenvlogs sage, hier mit dem Angebot, natürlich auch, so, wieder zweierlei Interpretationen, die man dann nehmen kann, das Angebot mir quasi zu helfen, für andere Plätze, Nummer eins, wie gesagt, sehr, sehr nett, plus, man kann es so sehen, dass wir nicht halt einfach loswerden wollen, das sage ich immer ganz doof, dann mal so, ey, lass den Kerl aber einfach loswerden auf der Kurve, oder, wahrscheinlich, überinterpretiere ich in beiden Punkten, aber ich will einfach so viel möglich, hier mit reinbringen in das Video, zweite Interpretationsmöglichkeit natürlich, wahrscheinlich denke ich es mir da fast zu positiver, vielleicht denken die ja selber auch, oder vielleicht manche merken, oder denken da auch, dass die Vlogs oder Videos, die ich mache, vielleicht doch gar nicht so scheiße sind, und vielleicht doch gar nicht so den schlechten, und vielleicht eher sogar guten Einfluss auf den VfB haben, sich eben sagen, ey, nach dem Motto, hier ist scheiße, hier wollen es viele nicht, ey, aus Selbstschutz auch, filmen wir nicht mehr, aber woanders ist okay, mach da gerne weiter, eigentlich gar nicht so scheiße, wie gesagt, wahrscheinlich in beiden Punkten irgendwo ein bisschen Überinterpretation mit drin, aber, äh, die Gedanken gehen wollte ich ja auch mal mit reinnehmen, und, logischerweise auch hier, auch ganz klar, war ja irgendwo trotzdem vorprogrammiert, wie das Gespräch endet, weil so, als ob der mir, als ob der mir sagt, ey, Kollege, hör auf zu filmen, das wollen wir hier nicht, und ein paar wollen es noch weniger als ich, als ob ich dann sage, nö, ich filme weiter, so, weil, dann, nee, das ist, so dumm bin ich ja auch nicht, deswegen werde ich auch logischerweise außer ein Wunder passiert, und ich darf irgendwann doch wieder in der Kurve, und man findet irgendwie Absprachen, wie auch immer, wovon ich jetzt erstmal in Zukunft nicht ausgehe, ähm, aber soll außer so ein Wunder passiert, werde ich logischerweise auch in der Kanjula-Kurve keine Stadion-Flogs mehr drehen, das heißt, äh, ist die einzigen zwei Optionen quasi sind, ähm, ich bleibe in der Kurve, was natürlich für dich auch kein Problem ist, ist ja ganz logisch, filme aber eben keine Stadion-Flogs, oder ich gehe raus aus der Kurve und filme Stadion-Flogs, und das ist die Überlegung, die ich mir da machen muss. Dann kommen wir zu der Pro- und Kontra-Liste, sag ich mal, und da es wieder wahrscheinlich eh schon, äh, lang genug ist und sein wird, packe ich das hier auch noch mit rein, so ein bisschen einfach an, dass ihr an meinen Gedankengängen da teilhaben könnt, vielleicht könnt ihr ja auch sagen, was ihr machen würdet, anhand dieser Pro-Kontra-Liste, die ich jetzt hier gleich machen werde, ähm, Pro bedeutet in dem Fall, ich mache weiter Stadion-Flogs, also Gründe dafür, und Contra quasi Gründe gegen, äh, Stadion-Flogs, zuerst Pro, hier auch direkt, äh, dickes Dankeschön an die vielen netten Kommentare, und viel Zuspruch und so weiter, und dem Hoffenheim-Video vor allem, eben zu der Thematik in erster Linie, auch in Instagram-DMs und so weiter, ähm, direkt auch davon abgeleitet, ist ein Pro natürlich ganz klar, dass das natürlich sehr, sehr viele feiern, so, sehr, sehr viele würden sich wünschen, und sich freuen, wenn ich diese Stadion-Flogs weiterdrehe, ähm, auch viele Kommentare irgendwie die Richtung, von wegen, vielleicht sieht man sich dann mal quasi da, wo ich sitze, und der Türkammerkurve, wie auch immer, und so, natürlich viele, weil sie auch die Vlogs generell geil finden, und Videos auf dem Stadion geil finden, und die Tore, und die Stimmung und so weiter, natürlich auch noch weitergehend eben, Leute, die nicht ins Stadion können, so, gibt es ja auch immer wieder die Kommentare, wo eben der Stadion-Besuch nicht möglich ist, da glaube ich auch völlig logisch, dass man sowas dann auch geil findet, ähm, dazu natürlich auch ein Pro, dass ich da Bock drauf hab, so, ich mach ja nicht umsonst, jetzt seit, äh, 2016 die Videos, so, ich hab da Bock dran, und machen diese Vlogs Spaß, bin generell ein Mensch, der einfach sehr, sehr gerne Erlebnisse festhält, um sie später nochmal anschauen zu können, und sowas, und das gibt's ja auch viele, die sagen, äh, oder die, die ja auch was Probleme haben, wenn's jetzt bei Konzerten ist, oder sowas, und so Geschichten, und sagen, ey, schau's dir eh nie wieder an, wie gesagt, auch da muss ich für mich widersprechen, und sagen, doch, tue ich, ich bin so ein Mensch, der schaut sich die Videos von vor paar Jahren nochmal an, der speichert das irgendwo ab, keine Ahnung, ne, ich mag so Geschichten, so ein bisschen nostalgisch, äh, da drauf zu gucken, ähm, und natürlich auch, so ein bisschen der, der Ursprung, ich will eben diese geile Stimmung, ich will geile Highlights unserer Geschichten, eben festgehalten haben, ähm, und wie ich vorhin schon angesprochen habe, ich hab's auch schon früher, für 200 Aufrufe gemacht, wie auch immer, ähm, trotzdem ist das auch ein Punkt, den man nicht totschweigen muss, die Vlogs, die Stadion Vlogs, tun dem Kanal natürlich sehr gut, auch ganz klar, so, mittlerweile auch hier ein dickes Danke, machen auch viele, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Videos, ordentlich, ordentlich, ordentlich Aufrufe, aber eben, die Stadion Vlogs machen halt einfach die meisten Aufrufe, da kommen die meisten neuen Abonnenten dazu, und so weiter und so fort, wäre also für den Kanal und alles, den ich ja auch seit 2016 betreibe, und auch lange aufgebaut hab, ne, auch einfach ein großes Thema, ähm, würde eben da wegfallen, und, äh, das wäre schon sehr schade für den Kanal, und natürlich logischerweise auch für die Zuschauer, wie gesagt, der große Zuspruch, der da war, und, ein ganz kleiner Punkt noch hier zum Ende, aber, ich hab ja mittlerweile sogar, weil eben auch, YouTube Audio Library, wer vielleicht auch wieder selber Videos macht, Copyright-frei Musik und so, ist wirklich nervig, deswegen hab ich mittlerweile sogar, oder, nervig zu finden, gute, hab ich sogar jetzt Musik-Abo für, hab das auch beim Legendo-Video, glaub ich, auch gemerkt, sehr viel, sehr viel Musik-Einsatz und so, Musik-Abo jetzt, das natürlich auch kostet, äh, für eben, diesen Musik-Schnitt-Part in den Vlogs und so Geschichten, und da sag ich, wieder kleiner Punkt, aber so ein Punkt, den ich auch trotzdem noch im Hinterkopf hab, der mich so ein bisschen nerven würde, dann, das eben schade ist, dass ich das in der Form nicht mehr so oft nutzen könnte, weil ich ja sonst eigentlich so viele Formate habe, wo es sich krass lohnt, irgendwie dick Musik reinzuholen, oder Musik rauszusuchen, ähm, hab auch vor allem den Part, finde ich immer sehr geil, oder, ich hab immer sehr Bock drauf, diese Musik-Schnitt-Parts, Schnittbilder und so Geschichten, ähm, da wäre auch schon, wenn das so ein bisschen wegfallen würde. Kommen wir zu Contra, das, glaube ich, auch sogar einen Tacken länger ist, ähm, Nummer 1, ganz, ganz, ganz vorne natürlich, äh, diese Dauerkartenplätze, die ich habe, diese Sicht, die Plätze in der Kurve, auch der Aufwand, der dahinter statt, wie gesagt, ich hab schon länger versucht, mal irgendwie in die Kurve reinzukommen, die Gedanken waren immer da, lass mal versuchen, wie reinzukommen, wie gesagt, nie Stehbereich, immer Sitzbereich, ähm, wie gesagt, 47, irgendwie Klub 3 mal gewesen, dann unter Türke Makove mal gewesen, dann letzte Saison, oder, ja, also letzte Saison im Sinne von, äh, 21, 22, so ein bisschen Luft geschnuppert dann dadurch, weil man eben dann reinkam, weil die Dauerkarten nicht gegolten haben, und so Geschichten, ähm, und dann eben jetzt vor der Saison lange in Telefonschlange gehangen, und so Geschichten, Wechselfase, technische Probleme gehabt online, und eben diese Karten ergattert so. da ist eben das Thema, wenn ich die jetzt abgebe, wird es, glaube ich, sehr schwer, an solche Karten, sowas in der Art, in der Zukunft noch mal ranzukommen. Ich meine, ich habe immer natürlich das Gute dann, dass ich Dauerkarten hätte, und in der Wechselfase rankommen, also nochmal deutlich bessere Ausgangslage, als Mitgliederverkauf zum Beispiel, ähm, aber das wird, glaube ich, schon schwer werden, so krasse Karten noch mal zu bekommen, dann, ähm, auch ein großer Punkt, ähm, wie ich ja auch schon in den Kommentaren selbst, oft, oder wie, wie sie, die Kollegen quasi, oder ich dann auch eben auch in Antworten, oder auch in Steinfloks oft erwähnt, habe es eben diese Reihe, in der ich saß, die Kollegen um mich rum da, das hat schon wirklich Bock gemacht, die Saison, und wie gesagt, die Kollegen, wie gesagt, auch oft geschrieben, auch mir persönlich geschrieben, wie auch immer, hätten auch sehr Bock, und natürlich auch im persönlichen Gespräch im Stadion, ist auch ganz klar, hätten auch Bock, nächste Saison eben in dieser Konstellation wieder zusammen in der Kurve zu stehen, ähm, das eben so ein bisschen, das, das auch ein Thema, ähm, und natürlich der Bereich des Stadions, in dem ich, äh, im Sitzbereich stehe, nämlich die Karnsteller Kurve, so, weil wenn ich jetzt aus der Kurve rausgehe, um eben weiter Vlogs drehen zu können, ist das logischerweise ein großes Downgrade, allein schon von der Stimmung her, ähm, und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Preis, äh, weil wenn ich in der Nähe der Kurve bleiben will, weil ich ja logischerweise, das ist auch so, dass hier so nah wie möglich an der Stimmung bleiben möchte, wäre ja ein Bereich beispielsweise Gegentribüne neben der Kurve, also quasi im, in den Ticketpreis, dieser blaue Bereich daneben, und hier sind es dann halt mal eben statt, ich nenne es hier mal Vollpreis als Beispiel, 360 Euro, die man zahlen würde, für Sitzbereich Karnsteller Kurve, wären es halt in dem Bereich, also wirklich, glaube ich, ein Block daneben, oder ein, zwei Blöcke daneben, sind es halt 504 Euro, so, also möglich ist das, ähm, ich sag mal finanziell, wie auch immer, ist halt nur die Frage, ob ich das mit mir vereinbaren kann, ne, ob ich da, ob ich, ob ich da bereit zu bin, so viel mehr zu zahlen, weil, anderes Thema ist eben dann trotzdem auch, um in der selben Preiskategorie zu bleiben, müsste ich eben quasi in den Unterrang der Untertürkamer Kurve, so, da war ich auch 2018, 2019, war auch nicht scheiße, so versteht mich nicht falsch, aber es ist natürlich trotzdem eine andere Welt, allein schon stimmungstechnisch, als die Karnsteller Kurve, immerhin da vielleicht aus, aus cinematischer Sicht, wie auch immer, gibt es da natürlich einen geilen Blick auf die Choreos dann, aber, das war es dann auch fast schon, jetzt mal wie gesagt, ohne es zu böse zu meinen, ähm, Oberrang der Untertürkamer Kurve gibt es natürlich auch, das sind es auch wieder, dann trotzdem nochmal mehr, aber nicht so viel mehr, wie, wie neben der Kurve, dann sind es 465 Euro da oben, ähm, an der Stelle finde ich es auch mal interessant, könnt ihr mir gerne, gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, wo es außerhalb der Karnsteller Kurve geil ist, äh, zu sitzen, Stimmung, wo, wo, wo Stimmung geil ist, wo die, wo die Leute abgehen im Blog, so Geschichten, ne, ähm, sehr gerne in den Kommentaren damit, und, natürlich auch ein Punkt, ähm, der aber, jetzt sag mal, in der aktuellen Frage noch ein bisschen weiter weg ist, aber trotzdem ein Punkt, der irgendwann kommt, die generelle Frage, die irgendwann kommen wird, ist eben sowieso, wie lange ich das noch so machen kann, ne, so von dieser Thematik von, ich studiere, vielleicht setze ich noch einen Master drauf, und irgendwann geht es dann eben beruflich weiter, ne, und wenn ich dann wirklich eben in diesem Bereich bleibe, Sportjournalismus, und dann eben nicht mehr, ich sag mal, anführungszeichen, nur im Hintergrund eben Werkstudent bin, wie es, wie aktuell, dann kann ich halt sowas wie, als, als Redakteur von irgendeinem Blatt, oder was weiß ich, oder halt irgendwie in der Form halt, im Berufsleben, kann ich vermutlich, keine Stadienfloks mehr drehen, so, das klappt, glaube ich, nicht miteinander, das wird nicht miteinander funktionieren, dass da irgendwie der Redakteur hockt, der dann irgendwie in seiner Freizeit, ähm, Stadienfloks dreht, vielleicht sogar zu dem Verein eben, über den er berichtet, und da so, so einen Graubereich ausnutzt, das wird, glaube ich, nicht wirklich funktionieren, ich glaube, ihr versteht, was ich da meine, ähm, generell, wie auch vorhin schon gesagt, sind die Floks ja bekannterweise auch ein Graubereich, also, es besteht immer die Gefahr, also, ich sehe sie nicht kommen aktuell, aber es besteht immer die Gefahr, dass eben die DFL oder wer auch immer, doch nach Jahren, muss man sagen, nach Jahren, doch irgendwann mal durchgreift, ne, und dann, wenn diese ersten paar Strikes kommen, ist es eh scheißegal, wo ich sitze, weil da gibt es keine Stadienfloks mehr, weil sie gestrikt werden, geblockt werden, wie auch immer, ähm, deswegen, die beiden Thematiken, ich sag mal, Zukunft, und vielleicht werden die Floks generell irgendwann nicht mehr gehen, äh, rein rechtlich, wie auch immer, wäre das vielleicht auch, ähm, ein kleiner, ja, einfach ein Zeitpunkt, so ein bisschen zu sagen, komm, ich wähle quasi den Cut, so den Cutting Point, jetzt schon mal quasi vorzeitig, das ist nochmal ein weiteres Kontraargument, ähm, und natürlich auch, ein kleiner, ein kleiner Grund, aber, bisschen im Hinterkopf, wie vorhin angesprochen, ist eben generell so ein bisschen die Frage, vielleicht, vielleicht mache ich auch nur, ich mir so Gedanken, oder gehe so weit, oder denke so, äh, aber generell so ein bisschen die Frage, wie, wie erwünscht ist man da noch in der Kurve, wie gesagt, gar nicht, gar nicht aus dem Gespräch, raus, so wie gesagt, das ging überhaupt nicht persönlich genau, dass da, dass sie keine Filme, Filme wollen da, dass sie keine dummen Clips haben wollen, ich darf easy in der Kurve bleiben, und so, weil ich eben da keinen Stadion-Flox drehe, also darum geht es gar nicht, aber eben für mich so im Kopf, trotzdem so ein bisschen abgeleitet, vielleicht können wir mich verstehen, vielleicht auch nicht, ist wie generell so ein bisschen die Frage, wie erwünscht ist man da noch in dem Bereich, wo man da steht, eben mit dieser gesamten Stadion-Flox-Thematik im Hintergrund, ähm, und das sind so ein bisschen die Pro- und Kontra-Gründe, die ich vor allem im Kopf habe, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, äh, was ihr euch vielleicht ableiten würdet, aus diesen Pro- und Kontra-Gründen, ähm, Problem ist eben auch da, wirklich Alternativen gibt's halt nicht, so, eine wäre eben, dass es halt, dass, wie gegen Hamburg zum Beispiel, dass ich irgendwie immer wen hab, der woanders filmt, aus dem, sag mal, akzeptierten Bereich Stadion-Flox filmt, aber das ist halt sehr, sehr wahrscheinlich nicht bei jedem Spiel gegeben, und ich werde es auch nicht so weit gehen, dass ich irgendwem dann irgendwo noch extra Dauerkarten kaufe, damit der mir Stadion-Flox dreht, jetzt soweit werde ich oder will ich irgendwie auch nicht gehen, ähm, deswegen, das wird es wahrscheinlich auch, sehr wahrscheinlich nicht bei jedem Spiel geben, und wenn ich Stadion-Flox mache und eine Dauerkarte habe, würde ich schon auch gerne jedes Spiel abdecken können, plus natürlich auch generell, ähm, wenn ein Mensch ja gerne Sachen selber macht, oder auch eben sowas, was man eben seit 2016 hochgezogen hat, selber, selber gerne weitermacht, ähm, dann würde ich auch generell die Fox natürlich auch irgendwo selber, gerne selber drehen dann, ne, ist ja auch ganz klar, andere Alternative, wäre sowas wie, Community, äh, Stadion-Flox, sage ich mal, Clips, die ihr mir schickt oder so, ist eben auch die Frage, wie viel kommt da, funktioniert das, kann man da überhaupt irgendwie einen Scheitenschein-Flox draus bauen, wenn man irgendwie, quasi irgendwie aus den verschiedensten Minuten und sowas, verschiedenste Szenen hat, aus verschiedensten Winkeln, macht das überhaupt Sinn, deswegen, also, deswegen bleibt es für mich gerade, irgendwie wirklich bei dieser Pro- und Contra-Listung halt vor allem, weil richtig Alternativen gibt es halt nicht, so entweder ich bleibe in der Kurve und filme nicht oder ich ziehe mit der Dauerkarte um und filme, aber wie gesagt, für die Entscheidung ist da jetzt noch ein bisschen Zeit, ähm, in dieser Verlängerung, sondern eben später auch in der Wechselfase, im Dauerkartenverkauf, es läuft ja jetzt dann ab morgen früh und läuft dann ja bis irgendwann Anfang Juli oder sowas, ähm, und deswegen habe ich da auch genug Zeit, mir Gedanken zu machen, ich sage gerne eure Gedanken zu dieser längeren Pro-Contra-Liste in die Kommentare. Zum Abschluss, ähm, noch so ein bisschen, sagt man, fast persönliches Fazit oder irgendwie Stellungnahme oder was auch immer, ähm, aber nochmal sowas abschließend, was ich noch mit reinbringen wollte, einfach so aus meiner Sicht nochmal abschließend, finde das Verbot schade, das kann man, glaube ich, nachvollziehen, habe es aber zu akzeptieren und habe es ja auch schon akzeptiert, hat man ja auch schon gesehen, bin in diesem Video, glaube ich, auch die aktive Fanszene oder irgendwas eben in die Richtung in keinster Weise angegangen, glaube ich, es war alles konstruktiv und wäre auch nie mein Vorhaben gewesen, hier irgendwen dumm anzugehen, ähm, bin auch der Erste, der immer Chorios und Stimmung und so weiter hervorhebt, in meinen Videos auch, selbst in meinem Werkständenjob hebe ich immer wieder die Fahne hoch, sage ich mal, für eben, äh, Ultrakopierungen, für Fangruppen, für Stimmung und so weiter, für die Anzahl an Fans immer wieder hin und her fährt, weil man es echt oftmals auch einfach zu knapp kommt, generell in so Berichterstattungen oder generell in der Wahrnehmung, deswegen bin ich der Erste, der es immer wieder hochhebt, ähm, und, äh, die Thematik ist ja so oder so, glaube ich auch, ich sag mal, zwischen mir und jetzt, ich sag mal, denen, die es nicht gefällt oder die, die quasi irgendwie delegiert haben, mir das zu sagen, dass ich da nicht mehr filmen darf, ist, glaube ich, die Thematik so oder so gegessen, so, ne, in der Kurve, keine Stadionfloks mehr und fertig, glaube ich, die Thematik ist so oder so zwischen uns beiden, ich sag mal, gegessen, ähm, ich weiß, dass euch diese Stadionfloks sehr, sehr gefallen, ich weiß auch, dass das dem VfB, glaube ich, nicht schadet, eher noch gut tut, äh, ich glaube auch nicht, dass ich der Kurve in irgendeiner Form mit diesen Videos schade, schaden würde, wie soll ich das formulieren, schaden würde oder geschadet habe, wie auch immer, weil jetzt gibt es ja keine Stadionfloks mehr in der Kurve, deswegen gerade ein bisschen verwirrt gewesen, ähm, einfach nur das Vorhaben, geile, geile Stimmung, die geilen Fans, den Verein nach außen zu tragen, ähm, ich weiß auch, kommt zum Glück sehr, sehr selten, aber ein paar Mal schon, dass ich kein, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen, Influencer aus dem Stadion, um diese ganzen, äh, Banner immer wieder, äh, mit reinzunehmen, dass ich das nicht bin, bin VfB-Fan durch und durch, seit 2006, seitdem ich sechs Jahre alt bin, hab seit 2016 meine Dauerkarte, reise auch, natürlich nicht immer, ne, aber ich reise auch auswärts, bin, glaube ich, auch absolut kein Selbstdarsteller in den Stadionfloks, wie gesagt, mir geht's um die Stimmung, der Fans, die Highlights des Spiels, die Erinnerung an den Stadionbesuch, und so weiter und so fort, ähm, wie ich auch gesagt habe, ich habe auch meine Probleme, teilweise mit manchen Formen von Stadionfloks, ähm, glaube ich auch, ganz logisch, dass ich das für mich schade finde, das, äh, Verbot, und, äh, ja, ohne da jetzt zu abgehoben klingen zu wollen, oder zu weit gehen zu wollen, äh, finde ich aber irgendwie auch, dass man da so ein bisschen, ich sag mal, in der ganzen Thematik Stadionfloks und, äh, ja, Probleme damit zu haben, oder sowas, so ein bisschen fast den Falschen bestraft hat, so muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade, äh, oder was heißt bestraft hat, irgendwie eingeschränkt hat, finde ich ein bisschen schade, ähm, ist auch einfach ein schweres Thema in der Fußball-Fan-Community, sag ich mal, ähm, ein umstrittenes Thema, ähm, hoffe aber, dass ich hiermit ein bisschen Anregung schaffen konnte, vielleicht eben für den einen oder anderen Gedankengang mehr, für ein bisschen mehr, sag mal, ein bisschen mehr Grau in dieser ganzen Thematik als nur Schwarz und Weiß, ähm, wie gesagt, so ein Video lag mir auch schon länger am Herzen, oft so ein bisschen der Zeitpunkt gefehlt, aber ich glaube, nach und in der Situation jetzt ist, glaube ich, sehr, sehr begründete Situation da, ähm, und auch absolut fair, da so ein Video mal zu machen, um über das Thema auch ein bisschen aufzuarbeiten und, äh, dann mal schauen, wie ich es, äh, nächste Saison mache, wie es da aussieht, was ich da für eine Entscheidung treffe. Damit habe ich, glaube ich, alles abgehakt, was ich mir so notiert habe hier, wie gesagt, vielleicht kommen noch ein paar Gedankengänge mehr oder so, aber es war wirklich schon lang genug, glaube ich, ähm, vielleicht habt ihr noch weitere Gedanken, weitere Argumente, weitere Interpretationen oder sowas, die eben aus meinen Gedanken hier kommen, ist ja auch sehr interessant, dann immer gerne in die Kommentare dazu, falls ihr noch mehr Sichtweisen habt auf die Thematik oder generell auf das, was ich so gesagt habe, ähm, Interessant natürlich auch eine Meinung aus der aktiven Fanszene, ich rechne mal nicht damit, dass sich das hier irgendwer davon angeschaut hat, glaube ich, nicht so ein Bereich, wo die Bock drauf haben, draufzugucken, verstehe ich auch, aber falls tatsächlich jemand zugehört hat, auch da vielleicht gerne mal irgendwie Meinungen geben oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, generell Meinung, falls irgendwer Ahnung hat, wie die es da sehen oder sowas, die Thematik gerne kommentieren, ähm, wie gesagt, direkt umstrittenes Thema, gibt noch das Fragezeichen, wie ich weitermache, ähm, aber, hab glaube ich schon genug, das jetzt zur ganzen Thematik gesagt, in Unterpunkte gegliedert, ähm, wieder längeres Video, aber, äh, ich glaube, hoffentlich mal die Timestamps und so Geschichten haben euch auch da geholfen, dass wir das vielleicht einzuteilen, falls manche zu lang ist oder wie auch immer, war mir ein Thema, das mir wichtig war, ähm, bedanke mich hier fürs Zuhören, natürlich hier, ähm, nicht so viel fürs Zuschauen, natürlich wie immer viel mehr fürs Zuhören, gerne eure Meinung in den Kommentaren, gerne natürlich auch wie immer kostenlos Like und Abo erlassen, ganz klare Geschichte und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik